Liebe Leute, ich habe heute zwar schon ein Video hochgeladen im Wolfskanal, aber die Ereignisse haben sich ja überschlagen. Der Olaf Lies hat da bekannt gegeben, dass letzte Nacht eine Wolfsfehe bei Herzlacker, was in das Landkreis Kloppenburg, erschossen worden ist. Er hat weiter ausgeführt, dass der Wolfsröde GW111M seit September eine Abschussgenehmigung hat und der eigentlich geschossen werden sollte. Jetzt mal vorab, hoffentlich ist es ein durchwandernder Jungwolf, den es erwischt hat, weil dann ist der Jäger sofort dran, damit einfach diese Problematik mal deutlich wird, auf die ich ja schon andauernd seit Monaten hinweise, seit Jahren eigentlich, dass wenn die, ne, im Grunde seit dieses Gesetz ist er jetzt fast 10 Monate erst draußen. Weil beim Roddiland habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass es ja auch genug durchlaufende Tiere gibt. Und dann ist der dran und da brauchen wir auch gar nicht lange fackeln, damit die kapieren, dass sie die Finger davon lassen sollen. Aber deswegen mache ich jetzt nicht diesen Beitrag. Ich fand das sehr, sehr krass. Ich habe mir mal eben die Nutztier-Riss-Tabellen vom NLWKN angeguckt von 2021. Da gab es überhaupt keine Übergriffe in diesem Bereich. Dann habe ich mir 2020 angeschaut. Da gibt es in diesem Bereich 43 Übergriffe. Es kann sein, dass ich die ein oder andere Nummer falsch gezählt habe, weil ich es jetzt ein bisschen zügig gemacht habe. Vergib mir. Aber das Entscheidende ist, von diesen 43 Übergriffen war bei 31 Übergriffen nicht geschützt. Mindestschutzkategorie Nein, steht da ausdrücklich. Sechsmal eingeschränkt geschützt. Das Thema hatte ich schon öfters. Halbschwanger gibt es nicht. Also entweder ist geschützt oder es ist nicht geschützt. Wolfsabweisend ist das sowieso alles nicht geschützt gewesen, weil in so einer Situation, wo es so viele Übergriffe gegeben hat, hätten schon längst überall 150er Zäune stehen müssen. Sechsfachlitze, 8000 bis 10.000 Volt Strom drauf. Wir wissen, dass der Schäfer dort in Löningen, dem wir das alles zu verdanken haben, einen 90er Zaun hatte und dann bei 120 ein Flatterband, was alles windschief ist. Eins ist klar. Es gab lediglich von den 43 Übergriffen fünf, die geschützt waren. Das sind aber diese windschiefen 90 plus 30 Breitband. Also nichts, was annähernd wirklich wolfsabweisend ist. Und eins ist klar, wenn der Wolf mal drüber war oder drunter war, wie auch immer, danach muss wolfsabweisend gezäunt werden. Nicht einfach ein bisschen höher, sondern wolfsabweisend. Also aber von 43 nur fünfmal ja. Und das Krasse ist, jetzt kommt, GW111M ist der Herzlakerudel, wie wir wissen. Kann man nachlesen bei wolfsmonitoring.com von der Jägerschaft unter Wolfsterritorien. Herzlakerudel. Der hat neun Übergriffe bei nein, also nein Mindestschutz. Nicht geschützt, Ausrufungszeichen. Drei bei eingeschränkt. Eingeschränkt ist auch neun, ganz klar. Und lediglich ein einziges Mal konnte man ihm nachweisen, dass er da bei geschützt drüber gegangen ist. Und wie gesagt, das sind diese windschiefen Zäune, die sowieso nicht wirklich zählen. Das ist ein Skandal, dass es für diesen Wolf eine Abschlussgenehmigung gegeben hat. Es ist auch ein Skandal, dass Olaf Lies in den Nachrichten, beziehungsweise in dem Interview vom NDR behauptet, Ja, das wäre dieser schlimme Wolf, der 1111, der da diese ganzen Übergriffe gemacht hat. Ne, Herr Lies, ein einziges Mal konnte man ihm das nachweisen. Jetzt sind sie alle dran. Sie sind alle dran, wie sie da sind. Sie inklusive. Und sie können sich nicht rausreden, dass der Landkreis das da verabschiedet hat. Wie kann man nur so, ich muss sagen, so dämlich sein? Danke. Das ist wirklich ein Skandal.